Der neue Siebener von BMW. Elitärer Komfort, Mobilität zum Genießen und Ausdruck höchster Entzückung. Jedenfalls für die, die ihn sich leisten können oder wollen. Der Motor schnurrt samtig, nichts vibriert, nichts brummt, störend. Auch Wind- und Rollgeräusche bleiben draußen. Da lohnt es sich doch mal, 5000 Euro extra auszugeben für die Hightech-Musikanlage. Die Musik kann dann auf fast allen Plätzen genossen werden. Beine, Schultern, selbst der Hut auf dem Kopf findet reichlich Raum. Und hinten sind die Sitze reichlich profiliert. Die Passagiere verschmelzen wohlig mit dem Wagen. Wenn da nicht der Mittelplatz wäre, den kann man niemanden zumuten. Viel zu hart sitzt man dort. Ebenso überraschte uns bei einem solch geräumigen Wagen der Einstieg. Ist man groß und der Sitz hochfixiert, wird es sehr beschwerlich. Doch hat man es hinter das Lenkrad geschafft, hört das Klagen auf. Präzise hört die Lenkung auf den Fahrer und der Siebener zeigt sich leichtfüßig und sportlich. Unterstützt von einer hervorragenden Achtgang-Automatik. Wenn sie schaltet, bekommt man das kaum mit. Für wahr ein luxuriöses Vergnügen. Doch Luxus will bezahlt werden und BMW will für seine Limousinen-Klasse immer mehr haben. Vor zehn Jahren waren es 72.000 Euro. Heute bezahlt man für das entsprechende Modell 96.000 Euro. Unser Testwagen wurde ordentlich ausgestattet. Mit einem Gesamtwert von 120.000 Euro. Fazit. Der BMW 750i hat einen Motor mit hoher Laufkultur, bietet großzügige Sitze und ein agiles Fahrverhalten. Negativ aufgefallen sind der Mittelplatz hinten, der unbequeme Einstieg vorne und der hohe Preis.